Semino Rossi singt sich in Baden-Baden warm für einen Fernsehauftritt. Der Künstleralltag in Deutschland hat ihn wieder. Doch im Kopf hat der Sänger immer noch diese emotionalen Bilder aus seiner argentinischen Heimat. Gerade ist er von dort zurückgekehrt. Seit mehr als zehn Jahren betreibt Semino Rossi für die indigenen Kinder in Puerto Iguazu ein Schulprojekt. Und ich habe die Schule gebaut und 107 Kinder sind jeden Tag lernen dort in dieser Schule. Und ich komme immer wieder Besuch in dieser Schule. Sie nennen mich Moroti, die ist eine weiße Adler bei den Indianern, bringt Glücklichkeit. Deswegen, ich heiße Moroti, ich heiße nicht Semino Rossi, ich heiße nicht Omar Ernesto, ich heiße Moroti bei denen. Und als Moroti hat Semino Rossi für alle Menschen dort auch Musik gemacht. Neben all den anderen Aktivitäten, die dem Sänger ein Herzensanliegen sind. Er finanziert neben der Schule auch Grundnahrungsmittel für die indigenen Kinder. Mit vollem Magen lernt man deutlich besser, findet Semino Rossi. Wir haben jetzt die Schule gemalt, ich habe Essen gekauft, ich habe eine neue Pumpe, Wasserpumpe. Ich baue gerade mit meinen Fähnen 50 Häuser für 50 Familien. Ich sage immer, wenn du so viel bekommst, so wie ich bekomme, von der liebe Gott und von den Leuten, irgendwann musst du etwas dazu geben. Und das ist mein kleiner Teil. Die Kinder sind für ihn wie seine drei leiblichen Enkel, sagt er noch. Und denen würde er auch was zu essen besorgen, wenn sie Hunger hätten. Sein großes Herz, das meinen seine Fans auch in der besonderen Stimme von Semino Rossi zu spüren. Live zu singen, das bereitet dem früheren Straßenmusiker am meisten Freude, kein Wunder bei der Stimme. Ich glaube, es ist ein Gottgeschenk. Ich passe sehr viel auf meine Stimme aus. Ich rede nicht so viel, wenn eine laute Räume ist. Ich habe gelernt, tief zu reden. Ich strenge mich nicht zu reden. Wenn du mich hörst, musst du nah zu mir. Ich rede nicht laut, dass du mich hörst. Für mich ist es anstrengend, mehr zu reden als zu singen. Ausnahme, Gespräche mit seinem Freund Andi Borg, der ihn mal wieder in seine Schlagerspaß-Sendung eingeladen hat. Ansonsten aber hegt und pflegt Semino Rossi sein wertvollstes Kapital nach Kräften, damit ihn die Stimme eben nie im Stich lässt. Das Schönste für die Stimme ist schlafen und viel Wasser trinken. Das mache ich. Und ich habe ein Bonbon mit Salbei und Honig. Ich lutsche immer, bevor ich meine Auftritte habe. Und er zündet jedes Mal noch eine Kerze für seine Eltern an, verrät uns Semino Rossi, der Sohn eines Tango-Tänzers und einer Pianistin.